Was ist das Problem, Diggi? Ich geh in dieses Restaurant rein und dann, Diggi, Bruder, ich roll' mir eigentlich nur Essen bestätigen, weißt du was ich meine? Ich roll' mir nur Essen bestätigen, aber Bruder, die hatten einfach keine diese Burger und so gehabt, Diggi. Bruder, ihr kriegt doch keine Luft, Bruder, Bruder, ja?